herzlich willkommen zurück zu cyberpunk so jetzt fahren wir hier hoch wir fahren doch hier hoch also ich habe erst mal gedacht hol dir mal ein bisschen was waffen mäßig aber ich glaube ich brauche noch kohle 14 ich wollte noch ein bisschen was ausrüsten aber das werde ich gleich machen ich würde sagen fahren erst mal hierhin genau was man vorhatten da fahren wir hier ja ich sitze draußen wieder mal gucken ob ich wieder was sehe war ich denn jetzt ich habe jetzt lange nicht mehr gespielt hier ist die straße okay dann machen wir mal hier aber sollen wir mal ein auto wiederholen ja ich brauche noch was geld und dann gucken wir mal dass unsere waffe die eine mag ich ausrüsten ich denke mir in der nächsten folge wird das sein ich bin ja meine hause gut heißt es hier hier da unten drunter war das drüber getrissen hier rüber Hier rüber fahren wir, boah, ah, ich wollte mal ein bisschen ablenken, ich habe ein bisschen nicht am sicken, sondern nervös, ohne Ende, frag ich nicht warum, hier ist viel Scheiß momentan, da lenke ich mich ein bisschen für euch ab hier, nee, kann ich nicht mehr weiter an hier Under the bridge Under the bridge Ah, jetzt sind wir wieder auf dem Müll deponieren, bist du das Gefühl? Ach du Scheiße, ja Neutrasili Bedrohung Neutrasili Bedrohung So, irgendwas hier Ich speichere mal gerade ein bisschen ab, damit man Ach, die ist da wahrscheinlich drin, ne? Ich denke mal, dass das noch ein Vieh ist, irgendwie Da ist die eine Waffe, die habe ich jetzt ein bisschen ausgerüstert, dass diese etwas höhere Kraft hat Na, gucken wir mal Ja, das ist ein bisschen blöd Neutrasili Bedrohung, ja, ja, ich weiß Ich muss halt mal gucken Containertür Containertür Ja und, was soll ich denn die Containertür machen? Das klingt ja gar nicht auf Da hole ich denn hin, ach da Ja Oho Äh Versäuchung Ja gut Dann Hau mir den Dreck weg Ja Ist da noch was? Ich speicher direkt mal ab Du I Ich 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 Bist du vor, um zufrieden zu leben? Lass mich an! Schuhe des Süßes, ostiges Leitungswasser und schon wieder ein grausiger Mord vor deinem Schlafzimmerfenster. Stell dir vor, du könntest das alles eitig hinter dir lassen. Weit, weit hinter dir. Durch eine Reise in die unendlichen Weichen des Weltraums. Schicke das Wort Space an die 7299 und gewinne vielleicht einen eindrücklichen Urlaub für zwei im schicken Crystal Palace. 10 Versignungs, 5 Pools, die beste Graindance-Ausstattung und die wirklich besten Köche des Universums. Datensplitter. Hast du den Alltagsstress vergessen und auch ins Paradies, warte keine Mikrosekunde länger. Logan, Logan, Hilfe, ich, war es ich. Ich habe es gefunden, einen Behälter habe ich aufgemacht mit dem Generator, dann gab es eine Explosion oder so. Dann gab es eine Explosion oder so, aber ich habe mehr gefühlt als gehört. Ich fühle mich irgendwie schlecht. Fuck, war dem Behälter ein biologisches Logo? Ja, könnte eine Schallwelle gewesen sein. Sicherheitsmaßnahme, scheiße, wieso muss ich das Ding an den Generator anschließen? Mir schwindel, ich lege mich hin. Nein, nicht einschlafen. Wenn du das machst, machst du nicht mehr auf. Daryl? Daryl, 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 Daryl. Der Space an die 7299, jetzt sofort. Das Crystal Palace, tosendes Leben in der Stille des Weltraums. Was war das jetzt hier? Hä, das war hier, ist ja ein bisschen merkwisch, oder? Ist ja gar nichts los hier. Äh, ja. Wie gibt dich zu Biotechbehälter? Ah, okay, okay, okay. Ne, warte mal. Äh, stopp. Ich müsste mal gerade hier klicken, so. Oh, jetzt sind wir da. Aha. Äh, ist das eigentlich eine gute Idee, da hinzugehen? Ach, jetzt ist da plötzlich die Türe, ne? Jetzt können wir da rein. Na ja, gut. Hö, na ja, hö, 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 nö. Ja, da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen ja nachher. Äh, ach so. Wollen wir ja hier hin, ne? Aber jetzt machen wir erstmal, würde ich sagen, den hier. Den machen wir zuerst. Genau, das gehen jetzt hier mal so schräg, würde ich sagen. Wir machen nämlich folgendes. Wir werden jetzt den, den, also den, 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 den wegmachen. Und dann das hier unten. Genau. Oder soll man direkt hier hingehen? Geht, geht auch. Aber dann, ja komm, mach mal. Versuchen wir es mal. Versuchen wir es. Warte mal, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt hier runter. Versuchen wir es mal, hier drüber zu springen. Ah ja. Mein Gott. Ich bleibe ich jetzt nicht hier hängen irgendwo. Äh, ja. Mein Gott. Oh, 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 oh. Weiter, 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 weiter. 100 Meter, Momentchen, aha. Ach. Da waren wir schon. Ey, gut, das habe ich nicht aufgegriffen. Vielleicht kriegen wir es jetzt auf. Mal kurz gucken, sind da die Typen noch da? Oder sind die halt schon noch alle tot? Schauen wir mal. F5, das weiß ich, wo wir... Das haben wir nicht geschafft. Mal kurz gucken. Ah, die liegen noch da. Mal gucken, ob wir jetzt reinkommen. Mal gucken, ob wir jetzt reinkommen. Ja, geh mal auf. Hä? Hä? Nee, ehrlich? Ehrlich? Nee, ehrlich? Ja. Nein! Das habe ich nicht gewusst. Handfächer. Ah, okay. Chip ent... Sollen wir das Chip entfernen oder sollen wir das Chip entfernen? Ja, was machen wir denn jetzt? Den Chip entfernen, ne? Ah, okay. Der legt den Splitter am Übergabeort. Ah, okay. Was haben wir sonst noch hier? Haben wir noch irgendwas vergessen? Dann hätten wir das letztes Mal, oh, vor... vor unendlichen Folgen... Unendlichen Folgen hätten wir das schon machen können. Und dann items zum Beispiel... Sollen wir das. Oh, okay. 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 Sollen wir das nicht haben. Oh, okay. Jetzt kommen wir das an. Nachrichten, ich glaube ich habe schon alles gemacht. Aha, hier ist auch noch was. Wunderbar. Übergabeort. Oh, das ist ein Übergabeort. Ach da. Ist ja ganz zu weit weg. Gehen wir mal und laufen zum Übergabeort. Athletikerfahrungspunkte. Ja klar, ich will schierens nicht laufen. Ich meinst, dass ich einen Athletiker hier kriegen würde, wenn ich nur laufen würde. Ja, ja. Okay, so langsam. Gehen wir mal da. So ist ja nur das Ding wahrscheinlich. Und dann mal hier. Das lief nicht gerade so, wie ich es gewollt hätte. Aber wenigstens hat Red Joe jetzt was zum Trainieren. Auftrag abgeschlossen. Verkaufen. Machen wir die schon mal drin? Ja. Machen die Rays oft Ärger hier? Die treiben sich hier schon länger rum. Bisher habe ich einfach meine Schrotflinte gezückt und dann haben sie sich verzogen. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Kannst du mir was empfehlen? Auf jeden. Und Rabatt gibt's auch noch. Ich bin mal gespannt, dachte ich scheiße. Was ist das? Das ist ja gar nichts. Hallo? Machen. Machen. Verkaufen. Kannst ja auch hier Ding noch verkaufen. Nur mal eine Waffe. Ja. Bringt aber nicht sehr viel. Riemen. So, okay. Dann wollen wir mal gucken. Da haben wir jetzt schon mal wieder was. Ja, haben wir wieder was hier schafft. Hier. Wie kannst du Waffen und Munition? Weiß wie das immer aussieht wie ein Schlagzeug. Hehehe. Ich will mal... Ach, hier. Guck mal. Den. Den muss ich nochmal. Rette die Person. Äh... Ja, komm. Machen wir den hier. Machen wir den hier. Retten wir mal die Person. Wie lange entfernen? 450 Meter können wir hinlaufen. Wer weiß was auf Tisch hier wartet. 650 Meter. Speichert haben wir. Wir retten mal die Person. Mal gucken was da wieder auf uns wartet. Όl. Ba-ba-pa-pa-pa-pa-pa. Ba-da-la-la-la-la-la-la-la. Oh, voll die Müllberge hier... Hier mal gucken. Rennen einfach mal die Müllberge. Njong! 300 Meter Weil ich wollte eigentlich mal Hallo? Wollte doch gerade anrufen, ne? Mal gucken Scheiße, hab ich die weggedrückt ausgesehen? Nein, hier ist es Hier ist es Man kann ein Pferd zu Tränke führen, aber man kann es nicht zum Trinken zwingen Ich versuche seit Jahren mit Iris Tanner zu arbeiten, aber die sture Stute schlägt jedes Mal nach mir aus Nette Anfragen, eine gute Bezahlung, nichts hat funktioniert Immer dieselbe Antwort Keine Geschäfte mit Fixern Jetzt sieht sie das scheinbar anders, warum? Weil die Wraiths sie entführt haben Aha So schnell kann es gehen Wenn du ihr hilfst, wird sie mir vielleicht endlich mal entgegen kommen Details findest du an Bay Aha Aber SOS SOS Söldner gesucht Hahahaha Naja gut Wie gesagt, ihr könnt dann alles lesen, wenn ihr wollt Ne Wir haben jetzt hier so ein tügelchen Ding hier, so ein geschützt turm Kontrollübernahme. Machen wir einfach mal so und dann gucken wir mal auf den Kontrollsch. Ich mach jetzt mal Beach Control. So. Verbündetgeschütz zum Verbündeten. 7A. 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 1C. Scheiße. Ehrlich. 1C. 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 7A. So. Jetzt sind die schon mal verbunden. 7A. 7A. 555. E9. Vielleicht die Speicherkosten für QuickHex Terminal verlassen. Kontrollübernahme. Jetzt haben wir die. 30, 30, 30. 1C. 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 3C. 1C. 2C. 2C. 1C. 1C. 3C. 2C. 1C. 2C. 1C. 2C. 3C. Roya171. Ja, äh, ist ja nichts los hier, ne? Ach, der arme Kerl ist weg, haha, okay, ähm, muss ich mal grad gucken, aber Beach Control kann ich natürlich machen, nö, Kontrollübernahme schalten wir mal aus, schalten wir mal aus, ah ja, genau, erstmal erfüllt, gespeichert haben. Ja, äh, ist ja nichts los. Ach, guck mal da, verseuchen, Granaten sind echt cool. Ja, ja, jetzt wieder richtig aggro. Ah ja, spiel mal verstecken, das geht ja gar nicht hier bei euch. Aussuchtmaschine. Warum denn so schüchtern? Wo sollen die so sein? Wo könnten die denn sein, wie ich sag hier? Da ist doch noch ein Teil, ne? Ausschalten. Ich bin leider untergesprungen. Ich hab jetzt mal hier gespeichert. Ich hoffe, dass das nicht irgendwo... Es. Ich bin leider untergesprungen. Ja, discovered... Weil ich nicht gute 현재. Ich bin leider untergesprungen. Ich bin leider unter fronten. Ich bin leider unterourb нарört. Ich bin leider... Eieiei, die sind viel zu fett für mich irgendwie, da kann ich irgendwie nichts machen meine ich, jetzt könnte ich, bist du fünfer oder was, komm raus! Boah, wie die hier auf die Milch draufhauen, ne? Ja, das sind, äh, wie gesagt, das sind die mit den Totenköpfen, die hauen die richtig in, ne, auf den, auf den Sack! Also ich denke mal, ich muss auf jeden Fall, äh, weitermachen, so wie bisher, das hat sonst keinen Sinn, also ich hab jetzt hier, gehen wir hier runter. Ich reiß dir deine Glickmaße ab und stopp sie in dein schweiß Maul! Wie gesagt, wir haben jetzt hier noch einen Typen, wie gesagt, die sind viel zu fett, ja, dann müssen wir schon, sowas hier machen. Ja, dann haben wir den Sch... nee, was ist nochmal hier? Sie ist von der guten Seite, ich mach's kurz und schmerzlos! Geister, der, 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 der ist der Typchen. Also wenn ich einmal schieße, ist es vorbei, dann haben die mich. Kontrollübernahme? Ist das nicht als geschützt, Tom? Das ist das, wir brauchen. Okay, das könnten. ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay. Okay, Fiverr Young. Okay. Lokales. Oh, scheiße. Also, hier. Lokales. Hier, der ist an. Den machen wir wieder aus. Zurück. Den haben wir jetzt alle aus. Wunderbar. Sehr gut. Hat ja ewig gedauert. Iris Tanner? Ich soll dich hier rausholen. Haben sie dir wehgetan? Nein. Wir waren noch in der Verhandlungsphase. Haben schlagende Argumente vorgebracht, war nur eine Frage der Zeit. Und am Strich hätte ich lieber für die Reffen gearbeitet, als in Stücke gehackt zu werden. Na los, lass uns abhauen. Ohne mein Auto geh ich nirgendwo hin. Steht in der Garage. Das gehörte nicht zum Deal. Sag mir wenigstens, dass dieses Auto schnell ist. Nein, es war nicht Teil des Deals. Und nein, schnell ist es auch nicht. Das kann doch unter uns bleiben, hm? Ich bezahl dich auch dafür. Warten wir ab, wie es läuft. Also. Speichen wir schon mal ab. Dann holen wir erstmal die ganzen Sachen raus. Fett. Aha. Okay. Wir gehen erstmal hier ein bisschen raus. Und dann nehmen wir noch was mit hier. Das kann ja nicht sein, dass wir einfach hier abhauen. Haben das alles, das ganze Zeug hier gelassen. Das kann ja nicht sein. Knivell. Wir gehen. Wir müssen erstmal gucken. Wir müssen alles mitnehmen. Sonst geh ich hier nicht weg. Ohne alles untersucht zu haben, geh ich hier nicht weg. Okay. Okay, jetzt haben wir mich auch vertiert, was geiles. Geil, guck mal, hier, guck mal, hier, ich bin wieder zu viel bei, aber egal. Ah, alles klar, gut, ich glaube, ich muss mal kurz, ja, ich weiß, ich habe noch viel bei. Haben wir hier grün oder blau? Haben wir sonst alles? Ne, wo hat die denn ihr Wagen? So, ah, hier haben wir noch eure Verlager. Okay, ich muss mal gerade, bin gleich wieder da. Momentchen. So, fast eine Stunde später bin ich wieder da und wir müssen auch die Frau wegfahren. Ja, der Justin steht neben mir, gewohnt. Na, gucken wir mal hier, was hat man denn hier noch? Ich sehe immer was und dann sehe ich dann nicht mehr, wo es ist. Achso, das war nur der, das Team mit, ja. Ah, gut, komm. Einsteigen. Danke, dass du mein Auto geholt hast. Nicht der Rede wert. Warum wolltest du vorher nicht mit Dakota arbeiten? Ich mag Fixer nicht besonders. Nichts anderes als Zuhälter minus die Sonderbehandlung. Okay. Ich will meine Kunden selbst aussuchen, eigene Regeln machen. Außerdem nimmt sich keiner einen Anteil von deinen hart verdienten Eddies, wenn du allein bist. Dann ist das hier also eine Ausnahme? Die letzte hoffe ich. Okay, dann fahren wir die mal nach Hause. Aus wenn ich bei Nasen mir krass gekratzen muss, dann fahre ich die nicht nach Hause. Also, fahr mal einfach mal geradeaus, so fahr mal geradeaus. Hier fahrt alles nass. Aber konntest du dir das Auto nicht selber fahren? Gut. Na ja, egal. So, ach, muss ich nicht um die Kurve, um die Kurve. Die hat voll die Atene oben drauf. Voll das Auto mit Atene, ja. So, gleich stehen wir da. 275 Meter. Ich muss jetzt gleich wieder nur ein Kurve gehen. Bringe Iris Tanna ein Parkauto in der Garage. Bringe Iris Tanna. Warte mal, ich muss jetzt mal was gucken. Bringe Tanna zum... Moment schon mal. Karte. Wäre das das woanders? Guck mal, hier ist auch noch was, ne? Parki Auden in der Garage. Da hat die Takota, okay. Ja gut, ich muss erst mal aus der Garage parken, ne? Okay, dann fahren wir weiter. Schauen wir mal, was da los ist. Wie auch immer, äh, ja. Dazu hast du kein Recht. Hörst du? Kommst du mit oder bleibst du da? Wo ist die denn auch da? Jetzt geht sie vorher. Geh mal hin. Ja, komm her, komm mit. Komm mit. Da ist sie. Jamai, Bruder. Dakota? Iris Tanna. Wie bestellt. Schwester... Lass den Scheiß, okay? Ich bin niemandes Schwester. Sag mir einfach, was ich tun soll. Danach sind wir quitt. Na, ihr zwei versteht euch ja blendend. Danke für alles, Lee. Ich zeig mich gern irgendwann erkenntlich. Stell sicher, dass du kriegst, was sie dir schuldet. Lee hat keinen Grund zu sorgen. Nett, mit dir Geschäfte zu machen. Ja? Red mit mir. Erzähl mir von den Badlands. Hier draußen ist nicht viel los, oder? Konträr, wenn du die Augen und Ohren aufmachst. Es ist ein Ökosystem. Nomaden, Reffen-Schiff, Konzerne, Landstreicher. Ein komplexes Geflecht, dessen Gleichgewicht leicht zerstört werden kann. Alles klar. Erzählst du mir das nochmal? Erzähl mir von den Badlands. Hier draußen ist nicht viel los, oder? Konträr. Wenn du die Augen und Ohren aufmachst. Es ist ein Ökosystem. Ja, verlasse die Werkstatt. Ja, muss ich auch verlesen, aber die Werkstatt. Habe auf das Ding hier. Ist da irgendwas noch? Okay, verlasse die Werkstatt. Verzweih nicht mit den Typen draußen. Danke, dass du dich um meine Fahrzeuge gekümmert hast. Weißt du, dass ich jetzt nicht weitergelegt habe? Ja, ich glaube, ich habe mich nicht direkt. Guck mal gucken. Aha, alles so. Hier, oh, die haben wir noch was. Bevor wir das mal holen. Ach, du Scheiße. Nee, warte auf, dann machen wir folgendes. Dann machen wir erstmal... Gehen wir erstmal hier rüber. Gehen wir erstmal hier rüber. Und dann... Und dann, und dann, und dann... Machen wir hier die Dinger. Ha, 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 ha. Genau, erstmal holen wir uns den Bonus ab. Genau. 800 Meter. Aber bevor ich... Oh, mal hier ist sonst ein anderes Auto. Das will ich haben. Ich will mal entspannen. Das andere Auto haben wieder. Hä? Hä? Achso, okay. Nein. Das wollte ich jetzt gar nicht. Wie komme ich denn hier wieder zurück, so? Ah, alles klar. Okay, okay. Fahren wir jetzt mal gerade das abholen. Und dann fahren wir erst mal den anderen mal. Fahren wir noch in den Badlands das noch. Und dann... Fahren wir wieder in die Stadt. Zurück. Dann holen wir uns mal das Ding ab. Das holt ich ab, oder? So... Was ist das denn hier? Kann man nicht öffnen. Okay, hier wahrscheinlich. Das Ding, genau. Äh... Und? Was haben wir gekriegt? Na? Was haben wir jetzt? Die kriegt gar nichts, oder was? Hä? Hä? Ey! Was läuft so? Wenn ich auf Toilette gehe, viel. Okay. Kann man noch was verkaufen, eher? Was verkaufen? Ach... Hm... Scharfschützengewehr. Blau. Scharfschützengewehr. Haben wir nicht noch was hier? Gucken wir mal. Hier, da Tee, wäre auch noch was, ne? Was wir mal machen könnten. Äh... Das ist der hier. Boah, guck mal hier. Tausend. Tausend elf. Oh... 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 Genau. Pass mal auf. Da war doch noch was. Wacht mal gerade. Was wolle ich denn hier? Ich kann mir noch mal Waffen kaufen. Wie war das nochmal? Ne, hier nicht, ne? Was ist das hier? Doch, hier... Ich weiß noch was. Hier kann man Waffen kaufen. Momentchen. Momentchen. Da muss ich gerade mal hin, bevor wir hier mal die Folge beenden. Ach hier, da. Da muss ich hin. Bevor wir die Folge beenden, werden wir jetzt mal hier Waffen kaufen. Äh, hier? Ach, gar nicht. Ach hier. Was läuft in der großen Welt? Wenn ich so darüber nachdenke, hier draußen nervt das NCPD nicht. Konzerninspektionen gibt's auch nicht. Hast du irgendwas Unkonventionelles? Was man in der Stadt nicht bekommt? Wir finden bestimmt was für dich. Naja, dann... Was bietest du an? Knarren. Die Besten in den Badlands. Da wollen wir mal gucken, wa? Aber ich will ja hier keine Knarre kaufen. Ich will ja... Gucken erstmal hier. Selten. Erhört die schon... Ich bin ja schon... Ich kaufe die einfach mal. Hier ist ein Knarren, aber... Hier nicht mehr. Warte mal, ich hab doch... Was brauchte ich denn jetzt hier, ne? Was man hier so ausrüsten kann. Gucken wir mal. Was haben wir hier? Granaten, das wollte ich nicht haben. Äh... Wer hat die nicht? Wer hat die nicht? Guck mal hier, ey. Ah, gut. Äh... Pfff... Das ist nicht viel. Aber hier, die hat hier, guck mal. Warte, die hat, ey. Power, gut. 1100 hat die eine, ey. Dann verkaufen wir mal hier, das hier, und das verkaufen wir, und das verkaufen wir, und das verkaufen wir. Dann haben wir hier grün. Äh, Moment, was haben wir hier? Äh... Papa, ist auch als grün, das brauchen wir alles, also... Das kann man so lassen. Das kann man so lassen. Schade. Der hat nicht viel. Die hatte nicht viel. Ja, gut, alles klar. Ich würd sagen, das war's für heute. Wir machen... Morgen fangen wir an. Ja, morgen fangen wir an. Haben wir hier noch was, was man... Hier, oder was hier? Ähm... Dann würd ich eher sagen... Wir fangen... Wir fahren hier hinten hin. Und fangen hier an. Da sollen wir lieber erst mal... Wir sind jetzt hier. Dann fahren wir hier runter. Dann fahren wir hier runter. Dann fahren wir hier, dann sollen wir hier nicht erst mal den machen. Den, den, und dann runter. Genau. Dann machen wir erst mal das. Alles klar, da würde ich sagen, das war's bis heute. Ich danke euch für's zu gucken. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir hier wieder Krawalle. Krawalle, Krawalle, wir machen wieder Krawalle. Alles klar. Bis dann, euer Sai. Bye. Tschüssi.